Weißt du, wenn ich nicht so ganz, wie wir da hinkommen, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Ich musste gerade mal niesen. So. Was ist da drinnen? Da hinten? Wunderschön. Dann machen wir das mal hier, ne? Goofy vs. Regular. Du skaterst im Team mit zwei anderen Skatern, die ebenfalls richtig rocken. Die Punkte der Skater werden in jeder Runde addiert. Ednys hat keine Mühlen gescheut, um diesen krassen Straßenkurs aufzurichten. Ne, aufzuziehen. Also zeig ihnen, was du drauf hast. Startgebühr 5000. Die haben wir natürlich auch lockerlässig mal hier so. Ne? GVR, Goofy vs. Regular. Im Prinzip links Hinder gegen rechts Hinder. GVR, Goofy vs. Regular etnis basiert einen coolen Parcours und in der ersten Runde haben wir Vulkan und der übrigen Picknick-Tisch macht was draus. Übergroßen Entschuldigung. Meine Spacken haben bestimmt gar nichts drauf. Hey, hast du mir gerade den Arsch betascht? Ach, verdammt. Ah, man wird direkt okay. Oh, Pisser, ey. Wie meine Kollegen es drauf haben. Wie meine Kollegen es drauf haben. Wieран Wren Quindi, geht's. Oh, I see. Ach, geht's noch? Oh, 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 oh. Arschloch. Nicht, 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 nicht. Das war so knapp, ne? So, weiter mal jetzt. Bearbeite die Funbox und du und dein Teamkollegen haben viel zu tun. Tricks, Hips, Rails. Ganz egal. Ich versuch das immer schnell zu überfliegen, weil das halt so schnell weg ist. Weil da einfach mal viel mehr drin steht. Als... ...der Heini da am Mikrofon redet. Ach du Heini-Scheiße, was hast du da mich denn da vorgehabt? Dann rufe ich mal hier wieder Anlauf. Was ist das denn? Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Der zählt natürlich nicht, war ja klar. Nein! Was hätten wir auch anderes erwartet? Oh, du Affe. Hör mal auf, hier rumzugehen. Das war auch knapp. Der war schön gelandet. Da muss ich mich grad mal wieder ein bisschen selber loben. Eric Koston, ey. Der hat nichts gemacht, der Penner. Nichts! Null! Ihr habt die Chance, den Sieg über eure Fußstellung zu holen. Goofy oder Regu auf dem ganzen Kurs letzte Runde. Also ich denke mal, alles ist erlaubt. Ja. Dann möchte ich gerne wieder hier rüber. Zu diesem komischen Ding hier neben. Wunderschön. Die Landung jetzt zwar nicht so, aber... Was ist das denn? Was ist das denn? Wie, da können wir nicht drauf grinden? Wie? Besieg dich! Nein! Verloren. Mist. Wie viel denn? Boah, ganz wenige Punkte. Und ich hab wieder 6000 Punkte geholt, weil meine anderen Spacken nix drauf haben. Aber wir haben gewonnen. Das ist gut. Hey. Yo, du bist heute echt biestig geskatet. Achso. Gesponsert. Werde deinen Truck Sponsor. Hm. Ich glaube, ich nehme Royal. Ja. Könnt er jetzt uns? Keine Ahnung. Oder wir dürfen jetzt einfach da drauf skaten. Sagen wir mal so. Gut. Dann würde ich mal sagen... Teleportieren wir uns mal zu dem Trenny Contest, weil ich... Bushman Bowl Jam. Ich hab nämlich keinen Bock, mich da... Also da hinzufahren. Ich bin da nämlich zu faul für. Huuu. Huuu. Achja. Was denn hier los? Mache ich mal einen Marker hier hin. Und gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Mist. Ich habe mir den Kopf gegen geknallt oder so. Na, das wünsche ich aber nicht hier als Trenny. Na gut. Kass oder so krönt heute beim Bushman Bowl Jam den König des Bowls. Drei Runden Speed und mehr Speed, falls ihr pumpen könnt. In Runde 2 müsst ihr grabben und zwar richtig. Nur kitzeln ist nicht. 75 Dollar Startgebühr. Ist ja gar nischt. Ja, nischt. Battle of the Bush Runde 1 im Fetter Jam. Ihr solltet euch schon einmal überwinden, welche Gaps ihr in den späteren Runden springen wollt. Hier gibt es jede Menge Gelegenheiten für fette Airs. Geht mir mal alle aus dem Licht. Nehme ich mir den hier schon mal. Weil die... Oh. Weil die anderen alle... Den da genommen haben. Dann nehme ich den jetzt hoch. Mist. Mist. So, mach mir das mal jetzt hier jemand nach. So, mach mir das mal jetzt hier jemand nach. 7.000 Punkte. So. Jetzt mal. In Runde 2. Runde 2 des Battle of the Bush geht es nur um Airs. Fette Grabs wollen wir sehen. Das konnte ich nicht mehr lesen. 5. Will ich das sagen? Gehe ich doch wieder hier unten rein. Alter, was? Hast doch auch. Oh, seid ihr behindert oder was? Ich wollte sagen, was anderes macht die eh keinen Sinn. Ich verheizt. Ne, das ist mir zu blöd, dass mir die hier den Weg reinfahren. Ach Mensch, der war so schön. Ich muss unbedingt da unten hin. Oh, fuck. Kann doch nicht sein. Ich würde mal sagen, das habe ich einfach nur mördermäßig verkackt. Was ist das letzte? Oh, jetzt zählt es. Jetzt kommt es drauf an, die letzte Runde. Wir machen es euch einfacher und machen einen Jam draus. Keine Regeln, seid einfach kreativ. Ciao. Gut, dann bin ich jetzt wieder da unten. Mist. Arschloch. Fällt der Fixer mir einfach wieder hinzu rein?